Ich war früher ein Langstreckenläufer, und Langstreckenläufe sind Sportarten mit hoher Intensität. Die sich wiederholenden Bewegungen und die Belastung meiner Gelenke über einen langen Zeitraum hinweg haben in Verbindung mit möglichen Traumater und Überlastungen einige Schäden an meinen Gelenken verursacht. Mit der Zeit häuften sich diese Verletzungen, was zu Degeneration und Entzündungen meiner Gelenke führte, die sie schließlich zu Arthritis entwickelten. Meine Beine taten oft weh, und zeitweise war es sehr schwierig, zu gehen. Zunächst wurde ich konservativ behandelt, aber es trat keine Besserung ein. Während meiner Behandlung verbrachte ich viel Zeit mit Gebet und Bibelstudium. Der Arzt riet mir dann, mich diesmal operieren zu lassen, da die konservative Behandlung keine Wirkung zeigte. Später haben wir einen Termin für die Operation festgelegt. Ich setzte mich mit meiner Familie in Verbindung und bat sie, für mich zu beten. Am Morgen der Operation sagte mir die Krankenschwester, dass ich die entspannteste Person sei, die sie je vor einer Operation gesehen habe. Als ich den Operationssaal betrat, bekam ich ein Narkosemittel. Mein Bewusstsein begann zu verschwimmen. Nach einer Weile fühlte ich mich sehr unbehaglich. Mein Herz begann unregelmäßig zu schlagen und es fühlte sich an, als würde es gleich stehen bleiben. Auch das Atmen fiel mir immer schwerer, und es schien, als würde mich eine Kraft am Atmen hindern. Ich versuchte, meine Augen zu öffnen, aber ich konnte meinen Körper nicht spüren. Ich fühlte mich sehr ängstlich und mein Körper begann sich ständig zu wehren, aber ich konnte ihn nicht kontrollieren. Dabei wurde mir klar, dass ich eine schwere körperliche Reaktion erlebte, möglicherweise eine allergische Reaktion auf Medikamente oder andere Komplikationen. Ich hoffte, dass die Ärzte schnell handeln würden, um mir zu helfen, wieder normal zu atmen und einen normalen Herzschlag zu bekommen. Nach einigen weiteren Augenblicken wurde die Welt still und meine Schmerzen verschwanden. Als ich die Augen öffnete, fand ich mich an der Decke des Zimmers wieder. Ich hörte, wie der Arzt den Schwestern befahl, mehr Blutbeutel zu holen. Mein Gesicht sah blass aus. Ich wusste, dass es mein eigener Körper war, aber ich fühlte mich nicht beunruhigt oder besorgt. Ich ging durch die Wände des Zimmers und hinaus auf den Krankenhausflur. Ich spürte keinen Widerstand, als ich die Wand überquerte. Auf dem Flur bemerkte ich, dass sich eine Fahrstuhltür öffnete. Ein Mann stürzte heraus. Seine Unruhe erregte meine Aufmerksamkeit. Er trug eine schwarze Jacke und hatte eine Aktentasche in der Hand. Er ging eilig auf den Operationssaal zu und wurde am Eingang langsamer. Er unterhielt sich mit einem anderen Arzt. Ich erinnere mich nicht mehr an den Inhalt ihres Gesprächs, aber ich weiß, dass der Mann ebenfalls Arzt war. Sie stritten sich und der Arzt beschwerte sich über den Arzt im schwarzen Kittel. Plötzlich begann ich, durch die Decke des Krankenhauses zu gehen, als würde ich von einer geheimnisvollen Kraft gezogen werden. Ich stieg weiter auf, bis ich das Dach durchquerte und mich über dem Krankenhaus wiederfand. Als ich das Krankenhaus verlassen hatte, begann ich, die Stadt in einem schnelleren Tempo zu überfliegen. Ich bewegte mich so schnell, dass ich hätte spüren müssen, wie der Wind an mir vorbei wehte, aber ich spürte nichts davon. Ich gelangte an einen höhlenartigen Ort, an dem ich mich eine Zeit lang schnell bewegte. Dann erschien ein kleines helles Licht vor mir. Ich trat in das Licht ein. Ich sah den Rücken eines Mannes vor mir. Unbewusst dachte ich, ich sollte ihm folgen. Er hatte sehr langes Haar und trug ein langes weißes Gewand aus grobem Material, und er hatte Sandalen an den Füßen. Er lächelte und winkte mir zu und forderte mich auf, auf ihn zuzugehen. Als ich mich ihm nährte, empfand ich eine unaussprechliche Freude und einen Frieden. Ich spürte, dass seine Gegenwart so vertraut und warm war, dass ich mich ihm nicht fern oder fremd fühlte. Er empfing mich mit offenen Armen. Hier ließ ich mein Leben mit ihm Revue passieren. Ich sah etwas, das mich mit Stolz erfüllte. Es war während meiner Studienzeit, als ich mich einer freiwilligen Organisation anschloss. Jede Woche gingen wir in eine nahegelegene Gemeinde, um den älteren Menschen und Kindern dort zu helfen. Ich reinigte ihre Zimmer, unterhielt mich mit ihnen und ging mit den Kindern zum Spielen. Einmal sah ich eine ältere Großmutter, die wegen ihres schlechten Gesundheitszustands schon lange nicht mehr draußen war, und so begleitete ich sie zu einem Spaziergang in den Park. An diesem Nachmittag spazierten wir durch den Garten. Die Großmutter hatte die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht. Diese Erfahrung gab mir ein tiefes Gefühl für die Freude und den Sinn, anderen zu helfen. Aber wenn ich auf mein Leben zurückblicke, sehe ich auch eine schlimme Sache, für die ich mich schäme und die ich bereue. Während meiner Studienzeit habe ich in einer Prüfung die Antworten einer anderen Person abgeschrieben und am Ende eine gute Note erhalten. Als ich von diesem Vorfall lass, fühlte ich mich schuldig und bereute es. Ich wusste, dass ich mich selbst und meine Professoren betrogen hatte. Als alles vorbei war, drehte ich meinen Kopf und sah Jesus an. Sein Blick war sanft und vergebend, ohne Vorwürfe oder Lob. Ich fühlte mich ein wenig nervös und besorgt und fragte mich, was er von mir dachte. Nach einigen Augenblicken des Schweigens sprach Jesus plötzlich zu mir und fragte mich, ob ich mit ihm abhängen wolle. Ich war ein wenig überrascht, aber auch erfreut. Ich antwortete, natürlich. Wir gingen eine Treppe hinauf und vor uns lag eine herrliche idyllische Landschaft. Die Wiese war voller bunter Blumen, die ich noch nie gesehen hatte. In der Wiese befand sich ein kleiner Fluss. Wir kamen an den Fluss, und am gegenüberliegenden Ufer sah ich geliebte Menschen, die gestorben waren. Sie waren alle versammelt. Ich sah zuerst meinen Vater und meinen Großvater. Sie sahen mich auch, und sie waren genauso aufgeregt wie ich. Einen von ihnen erkannte ich nicht. Aber später wurde mir klar, dass es mein Urgroßvater war. Er war vor meiner Geburt gestorben, ich hatte ihn also nie kennengelernt. Wir kommunizierten durch Telepathie. Als ich sie auf der anderen Seite umarmen wollte, sagte mir Jesus, dass jetzt nicht die Zeit dafür sei. Ich folgte ihm ein Stück weiter am Fluss entlang. In der Ferne sah ich ein wunderschönes Gebäude im griechischen Stil. Es war strahlend weiß und viele Stufen führten zu ihm hinauf. Vor der Tür befanden sich riesige Säulen. Viele Menschen trugen leuchtend weiße Gewänder. Jesus führte mich hinein. Drinnen war es wie eine riesige Bibliothek voller Bücher. Dies ist die Bibliothek des Himmels, in der alle Bücher der Welt aufbewahrt werden, sagte Jesus und deutete auf die Bücherregale um ihn herum. Ich war so erstaunt und aufgeregt, dass ich zu den Regalen hinüberging und wahllos ein Buch in die Hand nahm. Die Worte auf den Seiten des Buches strahlten ein intensives Licht aus, sodass ich spürte, wie eine Welle von Energie aus den Seiten strömte. Ich versuchte, das Buch aufzuschlagen und es zu lesen, aber ich stellte fest, dass die Worte auf den Seiten nicht in einer mir vertrauten Sprache geschrieben waren. Jesus schien meine Verwirrung zu sehen. Diese Bücher enthalten alle Arten von Wissen, von denen du einige im Moment noch nicht verstehen kannst. Hier kannst du alles lernen, was du lernen willst. Ich stöberte weiter in den Bücherregalen und fand ein Buch mit Musiknoten. Ich stellte fest, dass es die gesamte Musik der Welt enthielt, sowohl die klassische als auch die moderne, und dass ihre Partituren vollständig in diesem Buch aufgezeichnet waren. Jesus sah mich an, lächelte und sagte, diese Bibliothek ist nicht nur zum Lernen da, sondern sie kann dir auch helfen, dein Potenzial zu entdecken und dich zu vervollständigen. Jesus ging auf ein Bücherregal zu, nahm ein Buch heraus und reichte es mir. Ich schlug das Buch auf, und darin befand sich eine Aufzeichnung meines gesamten Lebens. Alles. Von meinen Kindheitstagen bis heute. Jesus schaute mich an und sagte dann, das ist deine Geschichte, ich kenne jeden Moment, den du erlebt hast, ob gut oder schlecht, und ich liebe dich. Ich bin immer für dich da gewesen. Dann sagte Jesus, jetzt stelle ich dich vor die Wahl, du kannst zurück auf die Erde gehen und deine Reise fortsetzen oder hier bei mir bleiben. Ich spürte eine unwiderstehliche Kraft, die mich zu Jesus zog. Ich wusste, dass ich hierbleiben und bei ihm sein wollte. Durch seine Liebe und Aufmerksamkeit fühlte ich mich wohler, als ich es je zuvor getan hatte. Ich sagte zu Jesus, kann ich jetzt meine Familie sehen? Das nächste, was ich sah, war die Szene im Krankenhaus. Der Arzt sprach mit meiner Mutter. Ich konnte ihr Gespräch nicht hören, ich sah nur die Szene. Ich sah Szenen, in denen Familie und Freunde Gebete sprachen. Jedes Gebet erschien wie ein Zettel, einer nach dem anderen, der sich auf mich zubewegte. Ich erinnerte mich daran, dass mein Vater gestorben war, als ich noch sehr klein war. Meine Mutter hatte sehr hart gearbeitet, um mich zu erziehen. Wenn ich mich entschieden hätte, zu bleiben, hätte ich mir mit Schaudern ausgemalt, wie ihr Leben verlaufen wäre. So schwer es mir auch fiel, diesen Ort der Liebe zu verlassen, ich wusste, dass ich zurückkehren musste. Jesus sagte mir, wenn du dich dafür entscheidest, zurückzugehen, werden die meisten Erinnerungen an deine Zeit hier ausgelöscht werden. Als ich Jesus antwortete, dass ich auf die Erde zurückkehren wollte, lächelte er und nickte. Jesus streckte seine Hand aus und streichelte sanft über meinen Kopf. Hab keine Angst, sagte er, ich werde immer für dich da sein, dich beschützen und dich leiten. Dann spürte ich, wie ich in meinen Körper zurückkehrte. Mein Bewusstsein wurde allmählich klar. Langsam öffnete ich die Augen und fand mich in einem Krankenhausbett liegend wieder. Ein Arzt stand neben mir und beobachtete mich aufmerksam. Ich atmete tief ein und spürte, wie meine Kraft zurückkehrte. Ich wusste, dass Jesus immer an meiner Seite war, mich leitete und auf mich aufpasste. Ich fühlte mich wieder voller Energie. Ich wusste, dass das, was ich erlebt hatte, völlig real war. Die Liebe Jesu war in diesen Wochen bei mir. Nach der Operation verbrachte ich zwölf Tage im Krankenhaus, zunächst auf der Intensivstation und dann auf der allgemeinen Station. Ich war völlig zuversichtlich, dass ich wieder gesund werden würde, denn ich wusste, dass ich aus einem bestimmten Grund wieder hier war. Ich weiß noch, wie überrascht ich war, als der Arzt, der mich gerettet hatte, mich zum ersten Mal besuchte. Wir waren uns vorher noch nie begegnet, und er war der Arzt mit der schwarzen Jacke. Dieser Arzt war sehr einladend. Kurz nachdem ich nach Hause gegangen war, erzählte ich meiner Mutter von meinem Erlebnis. Ich erzählte ihr, dass meine Seele meinen Körper während der Operation verlassen hatte. Ich sah den Arzt mit der schwarzen Jacke im Korridor. Als ich meiner Mutter von meinem Erlebnis im Himmel erzählte, begann sie zu zweifeln und schien nicht zu glauben, dass ich es tatsächlich erlebt hatte. Aber als ich erwähnte, dass ich auch meinen Urgroßvater im Himmel getroffen hatte, wurde der Gesichtsausdruck meiner Mutter plötzlich ernst. Sie bat mich, detailliert zu beschreiben, wie er aussah, um herauszufinden, ob ich ihn wirklich gesehen hatte. Ich begann, sein Aussehen zu beschreiben und sagte, dass er groß war, einen weißen Bart im Gesicht und ein Muttermal unter dem rechten Auge hatte. Ich beschrieb auch einige der Gespräche, die ich mit ihm geführt hatte. Meine Mutter war fassungslos, als sie das hörte, denn ich hatte meinen Urgroßvater noch nie gesehen. Es gab auch kein Bild von ihm im Haus. Meine Mutter wusste, dass ich nicht gelogen hatte. Diese Tatsache schockierte sie und machte sie noch überzeugter von der Existenz des Himmels, denn Urgroßvater sah genauso aus, wie ich ihn beschrieben hatte. Es war kein Zufall, dass sie zu der Überzeugung kam, dass ich Jesus im Himmel gesehen hatte.